Y-Kamera zücken. Okay Jason, Zeit diese Piraten zu erledigen. Besser ein Gummi benutzt. Ähm, was ist Y-Kamera zurechtkommen mit? Alter, ich treffe die ganze Zeit Y-Kamera nicht. Da haben wir noch einen. Gut, dann schauen wir uns erstmal um den hier oben. Entdeckung vermeiden, Bunker lautlos töten, um an ihre Information zu kommen. Okay, X ist Waffe wechseln. Ähm, das ist ein Tierchen. Was habe ich denn da hinten markiert zu Hölle? Ein Hai. Wieso zur Hölle habe ich ein Hai markiert? Ich sollte vielleicht auch eine 3 runtergreifen mit der Tastatur. So. So, der geht jetzt da hin. Oh, der ist ein Hai markiert. Hey, wer ist da? Oh. Ähm. Was ist auch wahr? Finde das! So. Einen haben wir. Einen haben wir schon mal ledig. Sehr gut. Der schweißt da. Die kommen wir einfach von... Diese Insel macht mich krank. Sollen sie doch alle elendig verrecken hier. Und... Take down. Alter. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nette Geräuschkulisse. Oh, die mal mit ihrem Kondom. So. Boah, die mal mit ihrem Kondom. Vor allem ein schlechtes Gameplay, weil ich überhaupt nicht mit Maus und Tastaturklar komme. Weil ich nicht weiß, ob die Tasten sind, wenn ich mal überlegen muss. Der steht da, der steht da. Gut, die ist jetzt da hin. Ich möchte nämlich nicht versagen. Das wäre Blödheit hier in dem Laden rum zu ballern. Das habe ich das erste Mal gemacht. Entdeckung vermeiden. Egal. Ballern wir rum. So, du gehst jetzt. Ich hoffe da hin. Ich hoffe, dass der Typ mit dem Rücken zu stehen bleibt. Was war das? Den Lockenware nehme ich jetzt hier rein. Kommt da jemand? Eine Stripperin hoffe ich. Ich sehe lieber mal nach. Äh. Oh Gott, jetzt hat der Typ natürlich jetzt im Moment... Oh. Oh fuck. Oh fuck. Mist. Ja, ich habe ja abgeschlägt. Aber... Ich weiß nicht, warum der eine Typ auf einmal nach rechts gerannt ist. Wie ein Irrer. Bekloppter. Ach nö, nicht schon wieder von vorne. Mit allen. Ach, die sind zum Glück schon tot. Weil das mache ich anders. Vor mir reicht's. Na, ihr zwei? So. So, jetzt läuft der hier hin. Der hier lang. Mal um wo der langläuft. Dann gehen wir nämlich hier rum. So. So, den hatten wir auch. Und jetzt noch den Typen. Der wäre auch weg. Hätten wir nämlich hier unten schon mal in zur Ruhe. Ach. Ach. Muss ich hier den Typen auch nochmal durchsuchen. Klar. Na, nicht klar. So, ich meins. So. Deckung. Und jetzt gehen wir doch durchs Schiff. Alter. Die haben alle den Tripper verpasst bekommen. Das ist aber nicht nett. Jetzt weiß ich nicht, ob der hierher kommt oder nicht. Komm. Deckung. Komm. ach der andere ist tot, weil ich ihn erledigt hatte, das ist der spiel ja gnädig jetzt zum funkerett so mit hinauf ich mache mir Gedanken ob da noch einer liegt aber nein der war ja schon tot und hinein ich habe eine schützplatte gefunden sobald das geld von den eltern kommt gehen die geiseln auf den schwarzmarkt und wir beliefern deine käufer doppeltes geld das gefällt papa nicht über funk auf der medusa wurde alarm ausgelöst wieso so der wäre weg der wäre weg ich spiele auf normal wie hieß denn das ich bin grad nicht drauf wie der normale spielmodus hieß ich habe ihn noch erwischt am arsch komm raus so geschafft hey dennis bin auf der medusa die raten sagen dass was will unseren tod keine zeit zum reden komm nach ramanaki ja wir brauchen deine hilfe der ruf der medusa komm eigentlich mit dem boot wieder ins wasser ach ich kann das ins wasser stoßen stimmt ja er schafft das jetzt locker wir haben einen fähigkeitspunkt ja gesundheit ich weiß so fähigkeiten was gibt es denn teilweise gelerte gesundheitserregeln sich 50 prozent schneller wenn du kein medizin halte uhu das ist am besten blöd ich kann nicht genau ich kann nur erfolg lesen weil darüber mein aufnahmefenster dass er die fs zahl liegt mit der ich aufnehme meine zeit dass ich jetzt gerade schon eine stunde und genau eine minute aufnehme diese session tippe tippe oh ich muss klettern boot fahren brumm 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 ja komm fahren wir wieder aufs land komm 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 so tippe tippe da da glaube ja Ich will nur gucken, ob ich ein Hai entdecke, wenn ich hier langfahre. Es ist auch schön, wenn man unabsichtlich über ein Hai rüberfährt. Das ist wie immer im Auto, wenn man ein Hörsch oder ein Wildschwein rüberfährt. Nur beim Boot ist es über plötzlich ein Hai. Wo ist denn das Hai-Gebiet? Es kommt gleich. Mal mein Auge drehen vor sich hin. Wunderschön. Ich will nicht mit Dennis sprechen, ich will hier ein Boot fahren. Und Haie suchen. Aber ich seh keine Haie. Ist das ein Hai da? Ne. Nur was im Wasser versenktes. Etwas. So, nach Amanaki sollen wir. Jep, bitte. Wir machen noch ein paar. Erstmal Hauptmissionen. Bis ich ein Scharfschütze mehr habe, dann geht's hier ab. Und ich einen Schluck getrunken habe. So. Äh, wo ist Dennis? Dennis, Dennis. Dennis, was gibt's? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem?